Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 15. Mai, ich bin Mario Aalt. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Häuser wie eine wilde Müllkippe. An der Vorratstraße im Ostviertel haben sich immer wieder Nachbarn über den Zustand beschwert. Heute Morgen hat die Stadt Essen dann mit einer großen Razzia reagiert. Das Ordnungsamt, das Jugendamt oder auch die Wohnungsaufsicht haben die Häuser kontrolliert. Unterstützung gab es von einer Hundertschaft der Polizei. In den Wohnungen sind knapp 50 Personen gemeldet, die Sozialleistungen beziehen. Die wurden bei der Razzia aber gar nicht angetroffen. Es ist also unklar, ob die Leute da wirklich wohnen. Die Zahlungen wurden jetzt erstmal eingestellt. Die Finanzbuchhaltung konnte trotzdem 3000 Euro aus nicht bezahlten Rechnungen eintreiben. Das Bauamt hat einige Mängel festgestellt. Und die Polizei? Die hat geklaute Fahrräder in den Häusern vermutet und beim Einsatz auch gleich neun Räder sichergestellt. Auch ein Haftbefehl wurde vollstreckt. Der gesamte Einsatz dauerte zwei Stunden. Wo geht's bei einem schönen Wetter in den letzten Tagen oder im Sommer hin? Na klar, an den Baldeneysee. Für den gibt es jetzt einen richtigen Masterplan, um den See in Zukunft noch attraktiver zu machen. Die Stadt arbeitet daran und hat sich unterschiedliche Maßnahmen überlegt. Die Wege und Verbindungen zwischen einzelnen Attraktionen sollen so ausgebaut und verbessert werden, dass sich die Besucher gut verteilen können. Zwischen Uferpromenade, Baldeneysteeg und weiteren Wander- und Radrouten. Konkret könnten unter anderem die Verbindungswege zwischen der Burgruine Isenburg und der Korte-Klippe ausgebaut werden. Auch die Verbindung zwischen Regattastrecke und S-Bahnhof soll verbessert werden. Ende des Monats entscheidet der Rat über den Masterplan. Die Pläne könnten dann in den nächsten Jahren, aber auch erst Jahrzehnten umgesetzt werden. Jetzt schon ganz neu auf dem Baldeneysee unterwegs ist ein neues Rettungsboot der Feuerwehr. Oberbürgermeister Thomas Kufen hat es heute auf den Namen Franz getauft. Das neue Boot kann 60 kmh schnell fahren, hat Platz für zwölf gerettete Personen und es kann auch für Löscheinsätze oder Vermisstensuchen eingesetzt werden. Es löst das deutlich langsamere und kleinere Boot Fritz ab. Franz ist schon seit März auf dem Baldeneysee. Alle zuständigen Einsatzkräfte sind bis jetzt im Umgang mit dem Boot geschult worden. Es wird vor allem von der Feuerwache Kupferdreh genutzt. Eine Dauerbaustelle bei uns in Essen steht vor dem Abschluss. Es geht um die Arbeiten am Deilbach in Kupferdreh. Der südliche Teil wird jetzt verfüllt und die Arbeiten dafür sind gestartet. Die Baustelle beginnt unter der A44-Brücke und geht bis zur Prinz-Friedrich-Straße. Das Ganze wird dann bis Ende des Jahres dauern. Die Vorbereitung dauert so lange, weil in dem Gewölbe gleich mehrere Fledermausarten leben. Die haben jetzt einen neuen Lebensraum im offenen Teil gefunden und sollen da geschützt und erhalten werden. Der Deilbach floss früher durch eine Röhre unter dem Kupferdreher Markt entlang. Inzwischen fließt der Bach oberirdisch in den Baldeneysee. Bei der Hochwasserkatastrophe vor drei Jahren war ein Stück des Gewölbes eingestürzt. Seitdem ist auf dem Gelände der Spedition Torwesten dieses große Loch. Nicht ganz so lange hat es auf der Werdener Straße gedauert. Aber auch hier gibt es gute Nachrichten, denn ein Ende ist in Sicht. Nach Pfingsten soll die Werdener Straße wieder frei sein. Anfang Februar war dort der Hang abgerutscht. Seitdem ist die Verbindungsstraße zwischen Kettwig und Werden gesperrt. Ein Teil des steilen Hanges wurde mit Metallnetzen gesichert, damit keine Steine mehr auf die Straße rollen. Am Wochenende testen dann die Experten, ob die Netze und die eingeschlagenen Pfähle stabil sind. Nach den Tests wird der Asphalt geputzt und die Sperrung wieder aufgehoben. Wenn jemand einen Herzstillstand erleidet, zählt jede Minute. Gut, dass es bei uns in Essen immer mehr Defibrillatoren gibt. Wie wichtig die sind, erklärt Prof. Dr. Thienusch Rassaf, Direktor der Kardiologie an der Uniklinik in Holsterhausen. Mit einem Defibrillator ist man in der Lage, das Herz in vielen Fällen wieder zur normalen Aktion zu bekommen. Und je mehr Defibrillatoren wir dafür haben, desto höher ist die Chance, dass man diese entsprechend einsetzen kann und somit auch Menschen retten kann. Ab sofort gibt es auch in jeder Filiale von Bäcker-Peter so ein Gerät. Auch die Genobank-Filialen in Essen haben Defis, genauso wie das Allee-Center in Altenessen und die Messe in Rüttenscheid. Auf radioessen.de findet ihr einen Link zur Defi-Karte für Essen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Es zieht sich am Abend zu bei uns in Essen. Das Risiko für Schauer und Gewitter steigt, vor allem in der Nacht. Morgen wird es dann auch stellenweise regnerisch zwischen Boerbeck und Schür. Auch da sind wieder Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen 20 Grad. Und soweit die aktuellen Nachrichten vom heutigen Tag. Alles, was sonst noch wichtig war, lest ihr natürlich wie immer auf radioessen.de, in unserer App oder auch in unserem WhatsApp-Kanal. Die nächsten aktuellen Meldungen gibt es dann morgen früh ab 6 Uhr in der radioessen Frühschicht. Bis dahin, habt einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren radioessen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Viele vragen, habt einen schönen Abend. Vielen Dank.